Willkommen mein Entchen zurück zu Stranded Deep, der nächsten Folge. Sie ist endlich da und dabei ist wieder mein Brüderchen der Affe. Äh, so geil. Wow, 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 hi, hi, hi. Hi, hi, hi total. Er wollte auch mal hi sagen. Space taxi to the sky. Oh fuck. Möchtest du nicht doch vielleicht gehen? Wir sind am Land. Das Spiel ist da live. Ja, was ich wundert, warum wir jetzt auf einmal wieder von vorne anfangen und keine Hütte mehr haben und nichts. Der Spielstand ist abgeraucht. Also er war weg, kaputt, futsch, finito. Hasta la vista baby. Er meinte so, düdüm. Und jetzt fangen wir von vorne an. Warum auch nicht? Ist natürlich dumm gelaufen, aber gut. Was soll's? Ja. Ist egal. Dafür ist es nur die Access. Da müssen wir rechnen, wenn wir sowas kaufen. Genau. Scheiß auf. Ja. Wir haben hier mal verdammt viele Steine, wie ich hier sehe. Ah, hier sind Kramm. Genau. Ich sammle hier erstmal ein und fahr mal zur nächsten Insel. Ja. Was wir alles einsammeln, was wir können oder Kramm, weil ich den Arsch. Ich würde sogar fast das Wasser hier lassen. Na, um Gottes Willen, dass das Wasser nicht da ist. Guck mal. Hier steht ja zu Food, 3 Servings. Also gab es jetzt doch ein Update? Möglich, dass es was gab. Ich habe halt nichts mitbekommen. Dafür ist mein Internet zu gut. Ja, wir sind hier auf dem Land. Ja. Ja. Mit einer 16K-Leitung als YouTuber hat man es nicht leicht. Das sage ich euch, Leute. Ja, weil die Steine. Finde ich richtig, richtig. Haben sie wahrscheinlich gepatcht, wenn sie sich ja viel aufgeregt haben. Ey, viele Steine hier sind. Ja. Da liegt rechts im Wasser. Da. Ich glaube, da ist uns mit bei. Es ist nur so ein komisches Fass. Ja. Ich habe die Sichtweite auch ein bisschen höher gedreht. Das ist man die Neues Schmierenstein. Alter. Auf jeden Fall direkt. Großes Kämpfer machen mit acht Steinen. Was machen wir jetzt? Lassen wir. Was lassen wir hier? Gar nichts. Wir fahren weiter an. Wenn ich ein bisschen. Sag mal. Ist das näher? Ein bisschen größer. Ja. Das ist cool. Ja. Vielleicht braucht man jetzt auch nicht mehr. Wir müssen dann später bei einem großen Kämpfer haben und den Krabben mal ausprobieren. Das ist das Wurzeln sehr fett schon. Wenn wir jetzt für einen Stein den Slot belegen. Wir würden sie für einen Stein. Wir würden doch noch ein paar Steine ein. Wir sind ja gerade auch ein bisschen, weil du hast du dich richten. Ja. Sonst. Die Sticks haben wir ja auch. Vier Sticks. Können wir schon mal hinnehmen. Ja gut. Ah. Steine sind schon wichtig. Ich würde den Brüch behalten. Schmeißen sie mal nicht weg. Wir fahren lieber zur nächsten Insel. Und dann. Na. Ich gehe hier noch lang. Gehen wir noch einen. Ach. 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 Da muss schon auch. Ja. Da ist aber ein Hammer. Ich renne nicht so viel. Ja. Ich sage, wir ziehen das Boot einfach einmal über die Insel und fahren auch in die andere Richtung weiter. Ja. Aber da ist ein Hai. Du gehst ja nicht direkt drauf in der Hai. Ja. Du gehst ja nicht drauf in der Hai. Du gehst ja auch nach links fahren oder so. Ja. Soll ich sagen. Äh. Fort nach links. Was machst du da? Ja. Ich würde gerne das Boot schieben, aber es möchte ich gerade um. Da sag mal die Insel nicht so viel näher aus. Die sehen immer nah aus. Das ist egal. Wenn ich sage, die ist näher, dann ist die näher. Das ist aber nicht. Alle vier nachfragen. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel ist versammelt leise. Ich drehe es mal eben lauter. Okay. So. Ist es lauter hin? Ja. Jetzt ist es definitiv lauter. Okay. Im Grad habe ich nicht mehr das Handelgeräusch gehört. Na gut. Ja. Ja. So. Ach. Ries. Ja. Ja. Ich habe heute hier verkleidet. Ja. Ich verkleide mich immer als Frau. Ja. Paddelt jetzt auch viel schneller an, ne? Kommt mir so vor. Ich habe auf jeden Fall gerade ein Hai hinter mir. Ich gebe gerade Gas. Das ist schließlich Deutsche. Ich fahre auf Arbeit auch ein deutsches Erdgasauto. Also das schiebe ich jetzt ganz weit von mir weg. Damit rufe ich nichts zu tun ab. Komm schon rein. Paddelt schneller. Paddelt schneller. Da vorne sehe ich was blubbern. Oh. Guck mal, die ist schon so nah. Ich dachte, das ist voll weit weg. Wenn da was blubbern, was heißt das denn? Dann ist da auf jeden Fall was untergegangen. Ja. Dort ist was. Und ich habe es probiert. Man kann in Luftblasen Luft holen. Nicht viel, aber es funktioniert. Blasen. Und Luft. Ich weiß nicht, aber das ist ein Hai für uns. Ja, dann fahr in seiner Rückseite. Also. Ja, das hat total gebracht. Hallo Hai. Die Insel sieht schön groß aus. Ja, stimmt. Wie schnell er paddelt einfach mal. Ist ja voll der Hals. Okay. Okay. Noch einmal so. Oh, da kleine Pizzer da hinten. Was machen wir denn ein? Wir haben einen Ast im Boot. Mach nix. Mach das Paddel-Lock. Was machst du denn? So, dann schauen wir uns auf der Insel um. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Brack in der Nähe. Wäre bestimmt ganz geil. Ich glaube, du musst noch ein bisschen lauter reden. Äh, meinst du? Ja, guck mal da. Du meinst, man versteht mich nicht? Nee, so leise denkst du nicht. Schau mal auf die Uhr. Dann einfach mal... Ja, in deinem... Okay. Ich beeile mich jetzt mal hier. Ah, das Rekete. Eine Machete. Sie haben eine Rakete, aber wir haben Machete. Hast du den Film gesehen? Nee. Ja, hatte ich mal. Den ersten oder den zweiten? Den ersten? Ah, ich will den zweiten angucken. Ich würde gerne den Heid töten, wenn ich alles bin. Nein, nein. Das bringt uns jetzt auch gar nichts. Wir haben noch keinen Lara. Wir können ihn noch nicht drehen. Scheinchen. Ja, sehr geil. Mit mehr Steiner, sehr cool. So, ich würde sagen... Vielleicht zur nächsten Insel. Dein... Meinst du? Ja. Schon zur nächsten? Kannst du nichts weiter mitnehmen, oder? Erstmal ein paar Inseln abgasen, wir müssen nicht auf der ersten bauen. Ja, gut. Dann machen wir jetzt hier hinten runter, weil da vorne ist ja ein Dings. Ich war da super auch gekommen. Auf der Aufsehen bin. Übernachtung zu fahren. Mich würde mich interessieren. Es gibt, ich habe gesehen, auf den Inseln gab es Kisten. Da stand eine mysteriöse Box, glaube ich. Da konnte ich auch noch mal nichts mitmachen. Da konnte ich aber nichts mitmachen. Da habe ich gegoogelt nach. War da ein Stein noch? Kann man aufnehmen? Ja. Nee, kann ich nicht mehr. Da ist noch ein Boot. Aber scheint jetzt allgemein mehr Steinen zu geben. Ja, das ist noch ein Boot. Lass uns erst noch hin. Fahr mit dem Boot hin. Und dann... Wir müssen auch hier was hier lassen. Warum? Weil wir keinen Platz dafür in unser Paddel haben. Oh, fuck. Ja, der Pack ist die Kiste. Tut mir leid, Leute. Warte, damit wir wissen, dass wir hier waren. Nee. Ähm, ja. Hopp. Ja, wahrscheinlich, wenn das ein Großrausboot ist, wird es dann wieder mehrere Sachen geben. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, gut, wir haben nur 1,2,3. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Wahl. Das wäre total geil. Man kann auch auf den Wahlen reiten. Was passiert eigentlich, wenn ein U-Boot ein Wahlrammt? Ein U-Boot ein Wahlramm, das wird nicht passieren. Geht das nicht? Meist du jetzt ein echt? Ja, in echt. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Das ist so nah und so. Da sind ein Hai, ich habe mich schon gesehen. Ja. Ebenfalls gegen den Hai kämpfen. Das ist scheiße. Die Hose. Ich pack das Paddel weg. Ich muss mal gucken, ob das ist. Pack das Paddel weg. Das ist eine Kiste auf jeden Fall da. Wetten, dass noch mal rede, sondern? Oh, sehr geil. Ducktape. Ähm. Ja. Unser Trinkhaus. Scheiß drauf. Wir haben Ducktape. Ich weiß, warum man das nehmen kann. Nein. Dann kannst du Sachen reparieren, wie eine Axt, glaube ich, so weit ich weiß. Okay, wir verbessern uns jetzt auch immer hier. Okay, dann. Richtung. Links. Sicher? Ja. Rechts sieht weißer aus. Das sieht nur aus. Von da links. Die sieht soweit schattig aus. Von da links. Und zwar weg. Ne, gut. Ja, war immer du willst. Okay, Mapwechsel. Ich kann mit jedem Finger einzeln knacken, so oft ich möchte. Ja, das ist aber nicht gut. Boah. Das ist, wie gesagt, nicht gelingt. Das wusste ich gar nicht. War voll gelesen. Ja, nach Fachzeichen. Oh mein Gott. Ja. Du bildest dich? Ja. Weil? Okay, es war die FHM. Die geht es leider nicht mehr. Ich würde sagen. Die liest du aber auch nur wegen der Artikelschutz. Nein, nein, ich las. Du lasst sie nur wegen der Artikel. Mit Lars. Ab du Ass. Ne, was ich ab Ass. Ne, was ich ab Ass. Vielleicht war ich lange unterwegs, bin müde und so. Ach. Aber wir haben Bock noch zu zocken. Es wurde eigentlich mehr genötigt. Nö. Du hast gefragt. Die sind zu zerkleinert. Na, guck mal. Wenn du jetzt ein Boot aufploppt, dann wär's geil. Guck mal, da ist das schon mal anhalten. Du hast, du kannst nicht mehr trauen. Du kannst nicht mehr trauen. Du kannst nicht mehr trauen. Du kannst schon mal schauen. Da ist ein Hai. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Da ist bestimmt was drin. Das war intelligent. Ja. Close. Close heißt. Es gab definitiv ein Patch. Ja, das war ein Teil. Ja, ich war in der Insel. Ich fragte erst mal was weg. Und ich pack's auf die Insel Gesteine. Ja, genau. Dann habe ich nämlich auch gelernt, um das auf die Insel. man es an der insel fährt markierungen nach groß zurück zu der eigentlichen insel geht da wo man muss seine heimat war ja ich würde sagen ist jetzt einmal jeden so angucken und platz finden unsere sachen und dann so wie die torsman stammen weiter wo die interesse von einem da hinten ja ja die ist nicht hier sind noch zwei sachen sagt ich würde sagen hier stehst packen stein hier hin man liebt sogar einer schweiß die alle hin wie stein ist das war ein echtes problem das ist wirklich viel zu wenig stein oder wir haben jetzt hier zwölf steine liegen das braucht man sich das dahinter ja deshalb wurde ich auch schon mal ein dickes ding raus gerade hier ich habe auch letztes noch ein brach rechts von dir ja ja ich weiß nur ein bisschen im auge ich habe gedacht da ist noch was aber hast du die heimusik ja ich habe sie auch jetzt habe ich gerade ein bisschen schildkröten sehr geil wie geil noch eine machete war das haben getroffen ja ich habe mir das stadt da guck mal zu den schildkröten bitte da ist noch ein was einfach war schildkröten nein ja du kannst du die hast du die kill nein du hast schon nicht gehen nein gott sei dank ja ich ertrinkt gerade nach quatsch und nur ertrinkt ich höre das geräusch deine mutter ertrinkt dann kämpf gegen los kämpf gegen die getroffen kommt ja 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 kann ja was warst du kämpf noch warten noch mal rede ok hier dann das das noch dran einmal wie viel stuff gibt es hier kompass motorteil vom für stings ich hab die leiter es geht hier ab bitte du musst kämpfe gegen ihn gegen ihn das greifen ankommen wenn wir draufgehen erste folge scheiß drauf wir haben eh noch nichts gebaut deswegen versuche ihn einfach du kannst ihn ja land ziehen auch noch was machst du wenn er kommt wenn er kommt nicht wieder weg ja 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 jetzt er hat mich ja er hatte ich mich drauf keines gehst warum haust du aber wenn er so weit ist das verstehe ich nicht zu trocken nein immer noch nicht das war es glaube ich jetzt tot wir haben getroffen okay hau ab hau ab hau ab hau ab was jetzt ich komme nicht bewegen warum nicht hängst du fest was machst du das messer ich komme nicht weg ok muss man kasse luft holen nein das ist ein tag oder können wir nicht schwimmen ich weiß es nicht die energie aufgucken wir gehen drauf wenn ich okay und fast tot keine chaos folge erfolgt die zeug gefunden auf jeden fall ich habe zwar getroffen aber kann ich auch da auch wenn er drauf geht gehen wir drauf wir können uns über das hier mal angucken ja genau ganz versuchen der heil mit der axt zu töten das ist die stimmung redet das stück du stirbst doch sowieso und warte kriegen ihn kommt schon luft machen wir auch schnell schwimmen ich muss gedrückt halten ja hier geht nichts okay also auch nach dem update gibt es noch schöne wachs cool ein rocher erst tot okay ich würde sagen das war es mit der ersten folge so eine dieb nach dem update erb gesehen man kriegt und das spiel ist doch mit abgestürzt man kriegt auf jeden fall mehr sachen es gibt mehr steine und in der nächsten folge überleben auch länger als zehn minuten danke richtig